Wir suchen immer auf Internet Pferde, die irgendwelche Probleme haben oder noch ganz roh sind und noch gar nichts kennen. Heute warten wir auf die Franzi. Die brauchen Kette, Lounge hinterherum, die haben Futter probiert, Augenverbinde, die haben alles gemacht, was die Leute sich so kreativ ausdenken. Wir werden sie heute versuchen zu zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, die wesentlich entspannter ist, wo es sowohl Pferd als auch Besitzer ist. Hallo Franzi! Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ich bin Muran. Wie war's für Laden heute Morgen? Dann ging es auch relativ schnell. Zehn Minuten haben wir mit Führkette gebraucht. Okay. Wie ist es normal so? Also grundsätzlich unter zehn Minuten geht nichts. Und dann aber auch immer mit Führkette. Er reißt sich sonst tatsächlich auch los und stürmt am Hänger vorbei und dann gibt er Gas. Ich möchte, dass es so einfach wie möglich ist, für mein Pferd das Richtige zu tun. Weil ich möchte, dass Posi-Küte von Reifen starten und nicht nur an das Strafen arbeiten. Versuch, was man ja immer wieder sieht. Der reißt sich gerne los. Ich finde ihn bis jetzt super entspannt. Ich verstehe. Ich sehe ihn nicht ganz gestresst oder schwierig. Hallo, was ist mit meinem Pferd los? Aber er muss hauptsächlich lernen, einfach fein dem Druck nachzugehen. Wir kennen das ja selber auch. Wenn wir richtig aufgeregt sind und richtig gestresst sind, ist es schwierig, irgendwelche Informationen aufzunehmen. Aber wie entspannter wir sind, wie mehr wir aufnehmen können, und das ist bei dem Pferd ja nichts anderes. Das Wichtigste ist, und dafür habe ich die Lunge, dass wenn ich schneller gehe, dass ich ganz langsam mein Tempo mache. Du bewegst, wie du dich bewegen möchtest. Und das egal, ob du rein, raus, jonglen möchtest, oder mit einem gebrochenen Bein da irgendwie ganz langsam vorankommst, aber du gehst dein Tempo und bringst dein Pferd bei, sich daran anzupassen. Also Muram habe ich gerade im Training bei Rübchen Eisen. Es ist total super gelaufen. Nach kurzen Diskussionen ist er sofort schon eingestiegen, vorne wieder raus. Die Lösungsansätze sind optimal für ihn. Es hat super funktioniert, das hätte ich echt nicht erwartet. Was ich super fand, dass er mich auch involviert hat und mich dazu geholt hat, dass es nicht nur bei ihm klappt, sondern auch bei mir. Bei mir hat er ihn ja auch kurz diskutiert, aber es ist super. Also ich bin sehr, sehr zufrieden.